Kauskans, ihr seid bei Angie. Angie macht Aerobic und zwar Grundschritte, Aerobic Moves. Ja, für alle, die Aerobic vielleicht noch nicht so oft gemacht haben und vielleicht schon mal was von gehört haben oder auch die Leute, die schon mal in meiner Stunde waren und sagen, ah, den Schritt kenne ich. Also einzelne Schritte und wir fangen an mit Gehen. Manche sagen Marschieren. Kommt mit, du brauchst bloß ein bisschen Platz. Marsching. Rechte Bein. Arme mit. Wir gehen. Noch vier. Drei. Zwei. So, jetzt musst du gucken. Wir gehen nach außen. Außen. Und wieder innen. Nimm das rechte rein zuerst. Los geht's. Und. Zurück. Ja oder ja? Natürlich. Komm. Wunderschön. Kommt mit. So, pass auf. Vier außen. Hier innen. Komm mit. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Zähl einfach bis vier. Rechte Beine zu führen. Machen wir nochmal. Aufpassen. Auf zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Komm mit. Hast du? Ich hoffe. Jetzt. Eins, zwei. So, und jetzt guck mal. Schritt. Ran. Schritt. Ran. Schritt. Ran. Probier einfach. Nochmal. Und. Einen Schritt raus. Nochmal. So, wenn du willst. Arme dazu. Schau mal. Satt. Und ran. Satt. Und ran. Wenn du sagst, die Arme gehen gar nicht. Lass sie weg. Komm nochmal. Die letzten zwei. Aufpassen. Du wirst in das Bein. Links. Marschieren. Also für mich war es schön. Ich hoffe auch für euch. So, ich starte mal. Mit dem anderen. Wir machen jetzt links. Vier. Drei. Zwei. Vier. Außen. Komm. Eins, zwei, drei, vier. Innen. Komm mit. Eins, zwei, drei, vier. Nochmal. Ja. Wiederholung. Vier, vier. Komm. Eins, zwei, drei, vier. Und. Eins, zwei, drei, vier. Zwei. Nommen noch. Ein letzter. Aufpassen. Auf zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Linke Beine führen. Jetzt. Der Schritt heißt out und in. Out und in. Außen, innen. Step. Schritt. Schritt. Nochmal. Nochmal. Schritt. Und. Schritt. Wiederholung. Schritt. Und. Schritt. Nochmal, nochmal. Achtung. Wir wechseln das Bein. Rechts. Go. War doch gar nicht so schwer, ne? Also wir haben March. Das hier. Wir haben out in, heißt das. Einmal auf vier, dann auf zwei. Und dann kommt Step out, heißt das. Das machen wir rechts, links. Und weil es so schön war, nochmal. So, rechts. Hör und nebein. Noch vier. Drei. Zwei, zwei, vier raus. Komm mit. Eins, zwei, drei, vier, innen. Wir machen insgesamt vier Wiederholungen. Zwei Mal mehr. Letzte Mal. Aufpassen. Wir gehen noch zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Oder out, out, in, in. Nochmal. Out, out, in, in. So, aufpassen. Step out. Jetzt. Run. Schritt. Du müsst einfach einen Schritt nach außen. Nochmal. Vier noch. Drei, ein mehr. Zwei noch. Und der letzte. Marsch hier. Auf. Eins, zwei, drei, vier. Innen. Hast du gewechselt? Ich hoffe es. Komm nochmal. Und eins, zwei, drei, vier. Einen hast du noch. So, aufpassen. Zwei. Eins, zwei. Out, out, in, in. I love it. Ich könnte das stundenlang. Yes. Step out. Jetzt die letzten vier. Komm. Vier. Drei noch. Zwei noch. Gib mir letzte. Marsch hier rechts. Ich fand's richtig schön. Ich hoffe du auch. Wir haben einen neuen Schritt. Einmal tippen vorne. Und tippen seit. Erst mit der Fußspitze. Und dann kommen die Hacken. Also, probieren wir mal. Rechts mein Füß. Guck einmal zu mir. Fußspitze. Tipp. Ja oder ja? Ich hoffe ja. Arme nach Gefühl. Einmal auftippen. Rechts und links. Tipp, tipp. Heißt das. Super. Noch vier. Drei. Jetzt guck mal. Nach außen. 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 Das heißt, du musst die Beine immer auf und zu machen. Arme geh mit. Fußspitze. Tipp auf. Toe tip side. Heißt das? Jawohl. Side. 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 Noch vier. Drei. Zwei. Wir marschieren. Inkommen. Du hast das. Vier vorne. Vier seit tippen. Easy. Ready? Here we go. Eins. Zwei. Drei. Vier seit. Raus. 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 Das sind die Arme mit. Nochmal. Vorne. 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 Und seit. Yay. Marschieren links. Andere Bein. So. Achtung. Fußspitze. Tipp. Vier. Tipp. 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 Raus. Ja oder ja? Nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Seid. Noch einmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Seid. Achtung. Wir wechseln. Rechte Bein. Und mach. So. Was haben wir schon mal? Jetzt kommen die Hacken. Heel digs heißt das. Hacken. Rechte Bein. Achtung. Fersen vor. 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 Nur vorne. Stell die Hacken auf. Arme einfach mit. Noch vier. Drei. Zwei. Achtung. Seid. Rechts. Links. Jetzt hast du nicht die Fußspitze, sondern den Hacken. Hier digs heißt das. Jawohl. So pass auf. Wir setzen zusammen. Hier vorne. Vier Seid. Komm mit. Eins. Zwei. Drei. Vier. Seid. Seid. Jetzt. Noch mal. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Seid. Achtung. Marschieren. Links. Und. Alles links. Vier mal vorne die Fersen. Vier mal Seid. Los geht's. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Seid. Komm nochmal. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Seid. Einer mehr. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und seit. Achtung zurück. Rechte Bein. Und. So. Pack mal zusammen. Vier vorne rechts. Vier Seid rechts. Vier links vorne. Vier Seid. Wir probieren. Rechte Bein zuerst. Ready? Here we go. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Seid. Achtung. Bein. Wechsel ran. Du musst die Beine schließen. Dann kannst du wechseln. Aber du hast dir gleich nochmal die Chance. Achtung. Schließen ran. Eins. Zwei. Drei. Vier. Seid. Zwei. Drei. Beine zu. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Seid. Marschieren rechts. Komm. Wuhu. So. Wir haben noch eine Runde. Ein Kick. Und ein Knie. Okay. So. Achtung. Wir kicken. Kick. 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 Arme lang. Yes. Jupp. Yes. Ich komm zurück. Jupp. Vier. Drei noch. Zwei noch. Eins. Und wir gehen. Wuhu. Das war ein Kick nach vorne. So. Und jetzt kommen die Knie. Schau mal. Rett zurück. Knie. 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 Andere Arme. Yes. Der Klassiker. Jupp. Noch vier. Drei. Zwei. Marschieren rechts. Jupp. So. Pass auf. Vier mal Kick. Vier mal Knie. Danach wieder March. Wir schaffen das. Vier. Drei. Zwei. Und kick. Eins. Zwei. Drei. Vier. Knie. Mach es noch einmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und. Marschieren. Jupp. So. Achtung. Jetzt machen wir ein Springseil. Wie ein Springseil. Da brauchen wir andere Beine. Guck mal meine Füße. Fäden. Fäden. Ich hoffe, kannst du sehen. Wenn du sagst, ich kann mehr, mach wirklich einen kleinen Sprung. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Woran erinnert ihr euch das? An Wohnzimmer hubsen. Einer meiner ersten Videos. Da haben wir das auch gemacht. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Als links. Kick. Knie. Zweimal. Und dann kommt unser Sprüngseil. Mal gucken. Vier. Und eins. Zwei. Drei. Knie. Haben wir noch einmal. Und jetzt Knie. Achtung. Springen selbst mit mir. Und nochmal, gleich geschafft, die letzten, 4, 3, 2, alle sind links, äh rechts, hallo Brockhaus, Knie, jetzt noch einmal, 1, 2, 3, 4, und nochmal Springer. Wiederholung, 4, 3, 2, rechte Bein, wuhu, so, machen wir gleich nochmal, wir verbinden rechts, links, rechts, 4, 1, 2, 3, 4, Knie, nochmal, und jetzt Knie, Achtung, Springer. Noch einmal, Achtung, linke Bein, jetzt, 1, 2, 3, 4, Knie ab, ein mehr, Knie ab, springt ein, So, bleib bei mir, 4, 3, rechts, beginnt, und, Knie, nochmal, Nias, springt ein, und, wenn du sagst, ich will nicht springen, machst du nur die Färzen, das geht auch. So, nochmal, nochmal, Achtung, wir haben nochmal, ein Bein wechseln, linken Bein, Kick, jetzt, 1, 2, 3, 4, Knie ab, letztes Mal der Kick, letztes Mal Knie, und letztes Mal springt ein. Noch 4, 3, 2, Achtung, marschieren, rechts, Beine öffnen, so, wir kommen zum ersten, zum ersten Ende des ersten Teils. Beine öffnen, Luft holen, stehlen, durchschwingen, nochmal, ausatmen, und, yes, Luft holen, die letzten vier. Okay, dabei noch, zwei mehr, letzte, Arme öffnen, was müsst ihr machen, lächeln. Okay, erste Runde, Aerobic Moves, zweiter Teil kommt gleich, bleibt drin.